Herr Bolz, haben die Leute recht, wenn sie sagen, den Medien glaube ich nicht mehr? Es gibt jedenfalls gute Gründe, das zu sagen. Und das liegt nicht etwa daran, dass die Medien lügen würden. Lügenpresse ist eine eigentlich wirklich unzutreffende Verkürzung. Ich möchte fast sagen, es ist noch viel schlimmer. Sie verschweigen. Sie tun das nicht, was man von ihnen eigentlich erwartet, nämlich aufzuklären über die Wirklichkeit. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass es Coronaviren gibt. Die Tierärzte impfen Hunde gegen Coronaviren. Wir wissen, dass Schweine Coronaviren haben, dass andere Tiere in unserer Umgebung Coronaviren haben. Bei Corona ist es so, es gibt nicht ein Coronavirus, nicht einen neuen Virus. Es gibt 20 Coronaviren, die die ganze Zeit bei uns mal Husten machen, im Winter mehr, im Sommer weniger. Aber das ist ein grippaler Infekt. Wer hat noch nicht einen grippalen Infekt gehabt? Ich kann ja fast von einer großen Koalition sprechen, wo unabhängige Wissenschaft bis hin zu Parteivertretern und Industrielobby einvernehmlich und gemeinsam die Öffentlichkeit täuschen. Ich finde das ein Riesending. Ein Beispiel aus der Medizin. Die Grippeinfektion nach Alter. Gefährlich für Kinder und Erwachsene mittleren Alters. Unbedingt impfen ist das Signal. Doch siehe da, zwischen 30 und 50 umfassen die Balken doppelt so viele Altersjahre. Korrigiert man die Täuschung, hat sich die besondere Infektionsgefahr für Erwachsene verflüchtet. Von Politikern sollten wir eigentlich absolute Glaubwürdigkeit verlangen können. Sonst verlieren Zahlen, Daten, Diagramme ihren Wert. Es gibt in der Demokratie eine Bringschuld. Und die Bringschuld haben diejenigen, die gewählt worden sind, die uns vertreten. Und die haben die Pflicht, uns Verbraucher und Wähler aufzuklären. Seit 2010 sind nach einer Zusammenstellung der Organisation Lobbykontor mehr als 110 ehemalige Politiker von Union, FDP, SPD und Grünen aus ihrem Mandat ohne Umschweife und Scham in die Wirtschaft gewechselt. Darunter sind ehemalige Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre. Mit welcher Schamlosigkeit das Ganze betrieben wird, zeigt der genauere Blick. Da wechselt der ehemalige Gesundheitsminister zur Krankenversicherung. Oder der ehemalige Verkehrsminister wird zum Chef des Autolobbyverbandes. Die Kontakte, die man in einem öffentlichen Amt geknüpft hat, so offen in die Wirtschaft zu tragen, widerspricht völlig der Verpflichtung aufs Gemeinwohl und der Verantwortung, die solche Ämter mit sich bringen sollten. Ich habe bei der Vogelgrippe erlebt, dass es dort jemanden gab, der verantwortlich war bei der WHO für die epidemiologische Feuerwehr. Und von dem habe ich dann am Ende des Jahres, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte und er mir keine überzeugenden Gründe für Angst vor der Vogelgrippe dann nahelegen konnte, habe ich dann erfahren, dass er anschließend zu einem großen Pharmakonzern gewechselt ist. Kritiker werfen der Organisation immer wieder eine zu große Nähe zur Pharmaindustrie vor. Die WHO lasse sich von den wirtschaftlichen Interessen der Industrie beeinflussen. Wenn der Staat keine eigenen Instrumente hat, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden, dann ist er dieser Industrie ausgeliefert. Sind wir Opfer der Manipulation? In Wirtschaft, der Ernährung, in Medizin und Politik. Ich gehe davon aus, dass unsere Bürger mündige Bürger sind, dass sie erwachsen sind. Und das ist auch die Voraussetzung von Demokratie. Wenn wir diese Voraussetzung nicht mehr wirklich akzeptieren und teilen, müssen wir ganz anders zusammenleben. Das will, glaube ich, niemand. Insofern ist das die eigentliche Katastrophe, dass Leute, die sich zu einer selbsternannten Elite rechnen, glauben, dass Wahrheit für sie selber zuträglich ist, für die anderen aber offensichtlich nicht. Und dass man die Bürger für dumm verkauft oder sie einfach für dumm hält, für unfähig mit Wahrheit umzugehen, Das ist eine unglaubliche Arroganz, die von bestimmten Eliten ausgeht, sowohl bei den Journalisten als auch bei den Politikern. Und es gibt auch in anderen Lebensbereichen immer mehr die Tendenz hin zum Paternalismus. Also von oben herab die Bürger an der Hand nehmen wollen, ihnen das, was zuträglich ist für ihr Leben, vorkauen und vorsagen, statt sie selbst entscheiden zu lassen. Jetzt aber ist Zeit zu sagen, die ist nicht da. Und damit entfällt die rechtliche Grundlage, alle diese Maßnahmen noch weiterzuführen. Es gibt keine rechtliche Grundlage. Das heißt, was jetzt passiert, ist verfassungswidrig.